SICK. Professionelle Qualität aus Oberschwaben. Mit der Serie KPE bietet Ihnen SICK eine Lösung für viele Transportaufgaben. Stabilität steht bei SICK an erster Stelle. Deshalb fertigen wir die Pritsche des KPE aus 3 mm Stahlblech, feuerverzinkt und unverrottbar. Die besondere Konstruktion der Pritsche, übernommen aus dem Großanhängerbau, erhöht die Stabilität. Mit zweifach gekantetem Rand und verschweißten Ecken. Die gesamte Unterkonstruktion unterstützt die Stabilität und Langlebigkeit des KPE. Durchgehende Quer- und Längsträger nehmen große Lasten zuverlässig auf. Das Ganze wird von einem verwindungssteifen Fahrgestellrahmen getragen, der für den Kippzylinder einen zusätzlichen massiven Rahmen hat. Die Serie KPE kennt keine Schwächen. Die Bordwände sind aus doppelwandigem Aluminium gefertigt und für den extra harten Einsatz bietet SICK das Mammutprofil an, das robust wie Stahl, aber leicht wie Alu ist. Unsere Konstrukteure kennen die Praxis. Deshalb bieten wir neben der serienmäßigen, doppelt wirkenden Handpumpe auch eine Elektropumpe an. Optional mit Funkfernbedienung. Für mehr Übersicht und Komfort. Kaum sichtbar, doch voll durchdacht. Die Ladefläche ist absolut glatt, ohne Schrauben, Nieten oder Vertiefungen. In der größten Variante ist sie außerdem konisch konstruiert. Ein absolutes Highlight. So entladen sie in einem Rutsch. Schnell und einfach. Der KPE passt ins Gelände. Sein schräg eingebauter Kippzylinder bietet maximale Bodenfreiheit. Exklusiv und nur bei SICK gibt es die integrierten Verzohrösen in der Ladebudenkante. Und auch das haben wir in der Praxis tausendfach getestet. Leichtgängige Winkelhebelverschlüsse und gut zugängliche Ösen für Zohrgurte erleichtern den Transportalltag. Beim Entladen lassen die Verschlüsse am Heck die Klappe pendeln. Das Ladegut rutscht kontrolliert nach unten. SICK ist vielseitig und immer stabil. Die steckbaren Eckerungen überstehen mühelos die kleinen Anstöße des Alltags. Und auch unser Zubehör ist vielseitig. Zur Sicherung der Ladung bieten wir Zurchschienen an. Außen haben sie Zapfen und Aussparungen zur Befestigung von Netzen oder Gurten. Und innen können sie zusätzliche Sperrstangen einsetzen, die die Ladung gegen Verrutschen sichern. Ebenso praktisch das Stirnwandgestell für sperrige oder überlange Teile mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten. Der KPE wächst mit ihren Transportaufgaben. Zum Beispiel mit dem Aluaufsatz mit 350 Millimetern oder dem Stahlgitteraufsatz mit 650 Millimetern Höhe. Stabil, flexibel, mit viel Volumen für ihre Ideen. Die Serie KPE von SICK. 100% made in Germany. 100% SICK.